Um Ihre Frage gleich vorwegzunehmen, nein, es ist nicht nötig für ein Coaching zu mir nach Salzburg zu kommen. Ja, es ist ohne weiteres möglich, heute mit den so wunderbar zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten, sei es über Skype, sei es über Zoom oder auch übers Telefon, mit mir als Ihrem Coach an Ihren wichtigen, an Ihren für Sie ganz besonders entscheidenden Kommunikationsthemen zu arbeiten. Ob es die Vorbereitung eines Vortrags ist, ob ich Sie dabei unterstützen kann, wie Sie noch wirkungsvoller in diesen schwierigen Zeiten online kommunizieren, wie Sie Ihre Stimme, Ihr persönliches Wirken, Ihre Sprache noch präziser einsetzen, gerne unterstütze ich Sie. Was kann ein erster möglicher Schritt sein? Sie sehen hier direkt unter diesem Video meinen Kalender. Suchen Sie doch einen für sich passenden Zeitpunkt heraus. Vereinbaren Sie mit mir ein halbstündiges kostenfreies Gespräch, indem ich Sie gerne berate, Ihnen Feedback gebe und Ihnen vielleicht auch bereits einen Weg aufzeige, wie ich dank meiner 20-jährigen Erfahrung als Trainer und Coach denke, Sie in möglichst kurzer Zeit zu möglichst guten Ergebnissen begleiten zu können. Sehen wir uns? Klicken Sie in den Kalender, vereinbaren Sie Ihr Telefonat. Ich freue mich auf Sie. Ihr Arno Fischbacher Kineintere Kineintere Kineintere